Geld in den Hammern. Ja, wobei, wir haben jetzt auch noch ein paar die Schnauze hier. Ja, komm, links, rechts, links, rechts, links, rechts, komm. Wollen wir mal einen richtig aufgeladen? Ja, wohl. Ah, komm, jetzt ausprobieren wir gleich auf die Wette rein. Komm, komm. Aufwärtshaken, komm. Und einmal aufladen. Ah, daneben. Komm, oh, jetzt weiß ich nicht weiter aus hier. Und da tut ihr richtig schön mithalten, der Kerl. Er hat auch schon ein paar Auge. Den Kling war, den können wir ja schaffen. Komm, den können wir kriegen, den können wir kriegen. Ist doch kein Problem für uns, oder? Das ist doch kein Problem für den Jimmy. Ja, haben wir auch wieder gutes Hauskult hier. Das ist unser Ding. Erstmal im roten Bereich, wir haben ja im grünen Bereich. Das ist sehr schön. Das soll ich mir wieder schaffen. Aber da geht's schon gut ab. Gucken, was die Runde 3 dann sagt. Wenn der schon so abgeht. Ah, ist doch gut, das noch nicht. Oh. Moment. Ah, schickt mir auf die Bretter. Ja, wohl in der zweiten Runde. Mit dem Block und mit dem Ausweichen, wo ich da besser umgehen könnte. Wer ist das denn? Ach, herrje. Oh, 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 oh. Klingt übel aus. Jimmy gegen Parker. Müssten wir erst die Treppe treffen. Ah, er war gleich raus. Sehr, oh, 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 oh. Ah, wir kommen wieder. Jetzt kommen wir. Jetzt sind wir am Zug. Jetzt kommen wir. Jetzt kommen wir von hinten. Jetzt. Jetzt haben wir den Start verpasst. Aber jetzt kommen wir. Jetzt ist unser, jetzt ist unser Zeit. Jetzt geben wir ihm noch ein paar Kombinationen links, rechts und in die Nieren. Jawohl. Und der Jimmy, der passt ja super auf. Der kann dir gar nichts. Das ist eine Luftpumpe. Mit nochmal links, rechts. Und nochmal links, rechts, in die Fresse und nochmal in die Mahnkule und nochmal aufgelandenen Jab. Komm, links, rechts, Junge. Komm, komm. Jimmy. Die machen ihn fertig. Jawohl. Der sollte doch im roten Reich sein. Jawohl, ist er auch noch. Wir sind fast voll. Das Turnier sollte er gewinnen. Da müsste er aber, ich weiß nicht, glaube ich, 100 Dollar oder was gewesen. Ah, da kassiert der Kerl. Da kassiert er richtig. Nochmal ein Aufland hier. Jawohl. Oh, der ging auf die Liebe da. Eieiei. Da ging der Jimmy mal kurz runter. Aber er auch. Und er taumelt auch wieder. Und er schickt mal ihr vom Retter. Jawohl, Jimmy. Jawohl. Die können ja gar nichts. Ich bin fertig. All right, I won. Gib mir meinen Preis. Gib mir meinen Preis. Hm, da ist ein wenig Problem. Deine Eltern müssen die Mitglieder der Mitglieder sein, um euch zu erledigen zu sein. Sag dir was, old chap. Wir geben dir das alte, abandonee Beach-Haus. Geil. Wir werden wirklich nur ein Strand draus haben. Das ist unser Single. Jawohl. Wir haben unser eigenes Clubhaus erhalten. Wie geil ist das denn bitte? Jawohl. Neues Speicherbuch freigeschaltet. Jawohl. Oh, habe ich verjagt. Das ist gerade in der Trinkfasche umgefallen. Oh, Junge, Junge, Junge. Aber cool. Da ist dein heißes Clubhaus. Das finde ich geil. Das ist cool. Das ist mal ein Reiz. Können wir vielleicht... Können wir hier vielleicht wie GTA unser Auto kaufen? Ne. Geht nicht. Schade. Wäre ja cool gewesen. Geht leider nicht. Aber okay. So. Was ist denn da rechts? Das ist der Kleiderladen. Ich möchte mal ganz gerne zu den Dollar-Dinger hin. Gucken, ob wir da jetzt machen können. Was steht denn hier? Zeitungsjunge Intro. Machen wir mal. Oder soll's. Hey, kid. Wollt ihr ein bisschen Geld, die die Papers vermitteln? Das klingt gut. Okay. Geh die Papers und vermitteln sie alle. Aber nicht zu late. Sei pünktlich. So sind wir. Klar immer. Hol die Zeitung auf dem Hügel ab. Für mich gibt es gerade einen alten Damenrad hier. Mit links und rechts kann ich schmeißen. Links und rechts. So. Gleich haben wir sie. Gleich haben wir sie kommen. So. Schlechter in der erlaubten Zeit zu. Dann einmal hier. Und. Oh. Zurück. Schmeiß doch. Warum schmeißt das nicht? Ja. Ach so geht das. Alles klar. Trifft er. Er trifft. Wohl. Aber wenn man es einmal rauskriegt. So wie es geht. Dann. Easy. Boah der kann werfen. Der kann werfen. Ein Traum. Der müsste hier. Barskraller werden. Der macht ja nur drei Punkte. Nur dreier. Ja. Sag mal so. So. Und. Letzte Kreuz. Kann der auch schneller fahren. Wahrscheinlich. nicht. Ich spam hier. Oh. Es passiert nichts. Es passiert einfach nichts. Oh. Hau ab Köter. Das leckt gerade. Ganz kurz. Nein. Wegen einer Zeitung. Wegen einer Zeitung. Wegen einer Zeitung. Wegen einer Zeitung. Hau ab jetzt. Hau ab jetzt. Hau ab jetzt. Ärgerlich. Aber jetzt hier kann er wieder sprinten. Ja. Doof. Doof gelaufen. Aber egal. So. Und jetzt geht auch wieder nichts unterricht los. Was meint ihr? Nehmen wir den unterricht mit? Oder lassen wir es sein? Und machen wir eine Runde Stabfrühe? Ja. Ja. Natürlich. Fick dich Schlampe. Ich bin kein Idiot. So. Ähm. Unterspringen. Da haben wir irgendwas. Was ist das hier? Ah. Die Karte. Karte. Ja. Ich sollte in der Karte sein. Und? Was dagegen? Äh. Hupen wir nicht an. Police Department. Ah. Dann gehts weiter mit. Ich kann echt mit Schülerinnen flotten. Mach' meinen Scheiß. So. Ich habe überlegt. Wir versuchen es zur Schule zu gelangen. Aber. Ich vermute das wird nichts. Obwohl wir könnten es ja erwischen lassen. Ja. Wir bringen uns zur Schule. Los. Und? Unterricht? Ja. Ist doch geil. Aber. Ihr habt mich gleich in den Klassenraum bringen können. Schweine. Naja. Egal. Äh. Da. Was denn weg? Oh. Jimmy. Sollts in der Luftwölzer das Gable wegschmeißen und auf Kamera wechseln? Oh man. Nix kann leider. Nix kann leider. Nix kann leider. Lass mich in die Ruhe. Ich bring ihn gleich. Nein. Englisch. Nein. Nein. Oh nein. Ich habe gedacht wir werden das los. Das ist was ich immer gesagt habe. Jetzt mal du Alkoholsüchtiger. Oh. Jetzt müssen wir schon voll viele Punkte sammeln. Ach komm schon. Ach. Äh. Angel. Angel. Gel. Le Venture. Get going. Liegen. Liegen. akan vivre Le которая her irgendeine clips sc੍ Lang. Gut. Blank...ne? Leg... Ja, aber ich schreibe mal Leger... Nur Leg... Gel... NIE? Na klar, das Wort NIE... Naaaaagel... Ähm... Inge... Okay... Ähm... Angie... Okay... Gel... Gel haben wir schon... Ähm... Ich überlege gerade... Ich habe keine Ahnung... Genial... Ähm... Ups... Ali... Algen... Aus Englisch ist das Wort durch Gel... Aber... Pfff... Ich habe keine Ahnung... Wollte passen... Das Gehen vielleicht? Alle... L... L... Keine Ahnung... Da bin ich schlecht drin... Da brauche ich mehr Zeit für... Mit Zeit, wie wir der Druck... Das geht... Bei mir nicht... Das ist... Nicht meins... Das tut mir leid... Da muss ich euch wirklich immer wieder aus Neuem enttäuschen... Eselmütze freigestaltet... Okay... Ähm... Ich wollte die Karte aufrufen... Wie mache ich das? Da war das... Äh... Was ist das hier hinten? Die Trophäe! Ähm... Makio setzen... Da wollte ich nicht... Entschuldigung... Markierungsgenü... Das Zoomen... ... mit der Karte ist... ...wissend komisch... Da will ich eigentlich hin... Was ist das da für ein Zeichen? Keine Ahnung... Da sieht das gelbe Zeichen da... Hm... Wir machen mal da hinten die ganzen Tor... Wir gehen jetzt mal ein Clubhaus... Wohl... Das bringt gerade wenig... Ups... Zurück... Das machen wir mal gerade nicht... Scheiße... Ich weiß... Das ist dein Fehler... War nicht mein Fehler... Denn da gucken wir mal hin... Schwule... Vielleicht finden wir... Hier noch was... Ich will jetzt bezweifeln... Hier noch mal finden... Library... Hey... Die Vogel... Was ist das? Kattung... Ajar... Flucht... Das ist... Weg... Die Ruhe... Glaube ich nicht voll... Ein Lineal... Schlingbomben... Eee... 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 Da ist noch was hinter... Nutzen... War falsch... Nochmal... Eee... 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 Warte doch... Da liegt irgendwas... Kommen... Wir hier rein... Ja... Waren wir hier schon mal drinnen? Nein... Glaub ich... So... Also... Nur durch diese... Agnes... Oder... Ag... Agnes... Agnes... Oder... Wie er hieß... Ach... Ja... So... Jeden Gang gesuchen... Ab Gummibändern... Oder... Keine Ahnung... Irgendwas... Irgendwas... Funkeln... Aber ich glaube... Wir werden hier nicht finden... Obwohl... Eigentlich müsste man auch... Was finden können... Soll ich mich wundern... Wenn nicht... Da ist nichts mehr... Da ist auch nichts mehr... Da ist auch nichts mehr... Wir gehen mal rüber... Unterseite! Da haben wir nichts... 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 Können wir einfach Schach spielen? Ne... Wir können sitzen... Hmm... Jetzt haben wir gerade ausgenutzt... Zum Dings hier... Den Schluck trinken... Springen wir hier runter... Was... Nutzen... Auf den Stuhl... Haben wir noch irgendwas hier... Globus drehen... Uiiiiiii... Großbritannien... Blablabla... Das ist auch ein Rekord... Achso... Was haben wir jetzt da... Vorwärts... Von Karte... Okay... Na... Immerhin... Wir finden ein paar Sachen... Und das hier... Wuhu... Jetzt müssen wir raus... Echt? Quatsch... Ich war nur ein... Chocking... Hey... Hey... Ich bin... ein... ...甘coming... Ein Homo? Ein Homo? Okay, ein verrückter Homo. So, ich möchte mal richtig ins Bett gehen. Ja, blau, blau, blau. Und es ist Bett-Time. Und das Bett-Time heißt auch deshalb. Es ist Aufnahmepause. Das muss reichen. Ja, 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 ja. Und schlappen. So, wie wollt ihr noch sehen, dass ich hier Minecraft aufnehme? Weil Dom Zeit hat und Lust hat. Und wenn er es hat, dann nehme ich auch noch auf. Und dann... Ähm... Wollt ihr was machen? Und zwar... Rändern, genau. Also, tschüss. Hat viel Spaß gehabt. Bewertet ihr ein paar bitte. Und dann sage ich mal tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschau.